Hallo und herzlich willkommen zu Bühnenfieber. In den nächsten Wochen werden wir für Sie in ganz Niederösterreich unterwegs sein und über ausgewählte Kulturhighlights und Persönlichkeiten berichten. Zum Auftakt dreht sich alles um das Theaterfest Niederösterreich, das heuer bereits zum 30. Mal das ganze Land bis 1. September in eine große Bühne verwandeln wird. Insgesamt stehen nicht weniger als 30 verschiedene Produktionen aus den unterschiedlichsten Genres am Spielplan. Eröffnet wurde der bunte Reigen in Sitzenberg-Reidling und das wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Schloss Sitzenberg ist seit dem Jahr 2004 jeden Juni ein Treffpunkt für Theaterfans. Im Jahr ihres 20-jährigen Bestehens sind die Sommerspiele, die sich in den letzten Jahren ganz auf klassische Komödien spezialisiert haben. Erstmals Mitglied des Theaterfests Niederösterreich. Es war lange Sehnsucht und Wunsch, ins Theaterfest Niederösterreich reinzukommen. Es ist natürlich auch eine Aufwertung für die Festspiele, in diesem Kreis zu sein. Und was ein weiterer Bonuspunkt ist, wir merken es an den Verkaufszahlen ganz einfach. Also die breitere Bewerbung, das breitere mediale und pressetechnische Auftreten hilft uns natürlich auch beim Kartenverkauf. In diesem Jahr hat Gesselbauer mit Mirandolina das wohl bekannteste Werk des italienischen Komödiendichters Carlo Goldoni ausgewählt. Im Zentrum der Handlung steht Gasthausbesitzerin Mirandolina, die sich mit viel Witz und Charme zwischen drei Verehrern bewegt und so für unterhaltsame Situationen sorgt. Ich glaube, dass es überhaupt wichtig ist, Komödien zu spielen. In Zeiten wie diesen brauchen die Leute Abwechslung. Zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, wo sie abschalten können, wo sie die Sorgen des Lebens vergessen können und dürfen. Und dafür sind wir da, weil in letzter Konsequenz sind wir Dienstleister und keine Lehrbeauftragten. Dabei setzen die Sommerspiele auf Schloss Sitzenberg einmal mehr auf bekannte Gesichter aus Film und Fernsehen. Angeführt wird das hochkarätig besetzte Ensemble in diesem Jahr von Pia Baresch, die einem Millionenpublikum vor allem aus Serien wie Soko Donau oder dem Bergdoktor bekannt ist. Die Mirandolina ist eine Rolle, da gibt es einen Monolog und den habe ich in jungen Jahren als Schauspielstudentin immer vorgesprochen. Und jetzt habe ich dieses Stück als gesamtes angeboten bekommen und habe mir gedacht, das möchte ich endlich mal im Ganzen spielen, das Stück. Nicht nur diese einzelnen Passagen. Bei so viel Vorfreude kann auch ein Regenschauer kurz vor Ende des ersten Akts der guten Laune nichts anhaben und auch das Publikum erweist sich als wetterfest. Womit viele Besucherinnen und Besucher wohl nicht gerechnet haben ist, dass sie an diesem Abend auch eines der bekanntesten Werbegesichter des Landes live auf der Bühne erleben. Manche sind überrascht, dass ich da auftauche oder die erwarten das nicht. Ja, also jetzt im Spiel merke ich eigentlich gar nichts. Aber ja, nachher wird man dann schon oft ein bisschen angesprochen und sagen, wir wussten ja gar nicht oder wir dachten, sie sind in Hollywood. Und genau diese Mischung aus bekannten Schauspielern und mitreißenden Stücken an einzigartigen Spielorten ist auch eines der Erfolgsgeheimnisse des Theaterfests Niederösterreich. Mit der gelungenen Produktion auf Schloss Sitzenberg ist jedenfalls ein fulminanter Start in die 30. Spielzeit gelungen. Während der Theatersommer in Sitzenberg bereits wieder der Vergangenheit angehört, laufen an vielen anderen Spielstätten die Proben aktuell auf Hochtouren. So auch in Langenlois. Und ich freue mich, Intendant Christoph Wagner-Trenkwitz heute bei mir begrüßen zu dürfen. Danke, dass ich da sein darf. Wie viel Zeit bleibt Ihnen eigentlich als Intendant, diese Fülle an anderen Veranstaltungen im Theaterfest auch selber zu besuchen? Das ist das große Problem. Ich bekomme von so vielen lieben Kolleginnen und Kollegen Einladungen von Darstellerinnen, Darstellern, auch von Intendanten, dass ich mir... Und ich komme eigentlich nicht dazu, weil die Proben haben in Wien begonnen, Mitte Juni. Daneben mache ich auch noch ein bisschen was, aber ich probe auch mit. Ich bin nicht nur der Intendant, ich spiele ja auch mit. Und dann, wenn wir uns Anfang Juli nach Langenlois verfügen, dann wird auf den berühmten Hochtouren geprobt und mir bleibt eigentlich keine Zeit. Leider. Als Kenner der Kulturszene verfolgen Sie das Theaterfest ja schon lange. Was würden Sie sagen, macht auch den Erfolg dieser Veranstaltungsreihe, wenn man so will, aus? Sommertheater hat irgend so etwas von Freiheit. Von einer Freiheit, die du unterm Jahr im Kunstbetrieb nicht verspürst. Wenn es sich dann auch noch um Open-Air-Veranstaltungen handelt, so wie unser Langenlois, dann hat man da und wenn sich die Stimmen der Darsteller mit den Vogelstimmen mischen und du mal einen schönen Abend erwischst, was meistens der Fall ist, einen schönen Sonnenuntergang, dann ist das einfach eine beglückende Sache. Und es ist schön, auch sich in Niederösterreich wirklich in guten Händen zu wissen. Das klingt jetzt ein bisschen wie eine Wahlansprache. Ich stehe nicht zur Wahl und ich mache auch gerne Wahlwerbung. Aber Kultur ist in Niederösterreich Chefsache, schon seit langer Zeit. Das ist ein beruhigendes Gefühl. Und das Theaterfest, das kümmert sich auch. Also es tut nicht überreglementieren und irgendwie nicht alles kontrollieren, sondern die Leute sind da mit der tollen dynamischen Christina Sprenger an der Spitze. Da weiß man, dass man auch gesichert und abgesichert ist, weil das braucht Kultur ja auch. Kultur muss ja auch Risiko eingehen und Experimente machen, aber man muss vor allem dahinter, muss man abgesichert sein. Und das sind wir dann in Niederösterreich. Jetzt kennen Sie viele vom Opernbayer als Kommentator und auch als Mitglied der Volksoperndirektion, dass viele nicht mehr wissen, Sie waren von 2013 bis 2016 schon einmal Intendant, nämlich in Haag. Im Wilden Westen. Im Wilden Westen. Ja, ich habe das auch sehr genossen. Ich habe dort ein paar, glaube ich, ganz gute Sachen auch gemacht und viel schöne Zeit gehabt. Aber ich habe es wirklich mit dieser ersten Periode von drei Jahren gut sein lassen, eben weil ich damals auch noch sehr viel an der Volksoper zu tun hatte und auch, weil, ich muss ganz ehrlich sein, Sprechtheater in einer Mostgegend ist das eine, aber Musiktheater in einer Weingegend, also ich habe mir gedacht, das mache ich nicht mehr im Sommer. Aber dann kam eben Langenlois und da habe ich mir gedacht, wenn Sie mich wollen, dann muss ich das tun und ich bin sehr glücklich dort. Sie sprechen es an seit 2020, dem Corona-Jahr Intendant bei den Operettenfestspielen auf Schloss Heindorf. Was hat Sie da auch so dran gereizt, diese Aufgabe zu übernehmen? Genau das. Also es ist ein wunderbarer Ort. Ich liebe Operette. Dieses Schloss ist ja schon das halbe Bühnenbild. Also wir machen heuer Gräfin Maritza und das spielt auf dem Schloss der Gräfin. Naja, das steht ja alles schon da, muss man gar nicht sehen. Daneben das Winzerdorf, dass man, also wir nicht vorher und in der Pause, das Publikum sehr wohl, aber wir dann halt nachher, nach den Vorstellungen besuchen. Das ist ein wunderbares Ambiente, ein ganz tolles, engagiertes Team der Kultur Langenlois, rund um die Anna Grillmeier, die da die Geschäftsführerin ist, die ja nicht nur die Operette betreut, das ist der größte Teil im Sommer eben, aber da gibt es ja im ganzen Jahr Kulturveranstaltungen. Also ich glaube, der Werbeslogan von Langenlois heißt, ein guter Boden und das ist er auch für die Operette. Und man fühlt sich dort wohl und in der Probenpause springt man in den Kamp. Also man merkt das ja gleich, wenn man sich an einem Ort wohlfühlt. Ich freue mich schon, wenn ich von der Autobahn abfahre dorthin, da weiß ich schon, das ist ein bisschen wie Heimkommen schon. Jetzt ist Langenlois ja mit 1500 Sitzplätzen eines der größten Sommertheater in Niederösterreich. Es ist Gott sei Dank nicht so groß. Wir haben 1100 Sitze, ist aber auch groß. Und es wirkt vor allem viel intim. Aber das ist eine riesige Tribüne, die da alle Jahre aufgestellt wird. Und was macht da auch das Erfolgsgeheimnis aus? Weil diese Tribüne gilt es ja auch zu füllen. Diese Tribüne muss man füllen. Ja, ja, also man muss, da ist nur mit Opernball-Bekanntheit, ist es da nicht getan. Nein, nein, da gibt es alle möglichen Werbeveranstaltungen. Die allerbeste Werbung ist natürlich die Mundpropaganda. Die Leute entscheiden sich immer kurzfristiger. Aber wenn dann schon ab der Generalprobe die Leute sehen, dass wir wieder kein schreckliches, modernes, operatendstellendes Ding, sondern eine wieder ganz getreue, aber ideenreiche und lustige Produktion haben, dann spricht sich das schnell herum. Und die neuen Vorstellungen, ich hoffe ja dann immer auf eine zehnte, eine Zusatzvorstellung, wenn wir schauen, ob dieser Traum heuer in Erfüllung geht. Letztes Jahr ist sich nicht ganz ausgegangen. Jetzt sagt man seit vielen Jahren immer wieder, der Operette nach, sie ist verstaubt und sie wird irgendwann aussterben. Warum glauben Sie eigentlich noch immer an das Genre? Man kann, es hat viele Phasen in der Geschichte gegeben, die der Operette geschadet haben. Das war natürlich die Nazizeit, da sind alle Schöpfer hinausgeflogen oder gar umgebracht worden. Und die Operette wurde so gezähmt. Und in der Nachkriegszeit war das eigentlich nicht anders. Das ist ein nettes Vergnügen mit hübscher Musik, wo es um nichts geht und am Schluss kriegen sie sich eh. Es geht in der Operette um sehr viel. Und deswegen bin ich auch, das klingt jetzt paradox, gegen so brachiale Modernisierungen, die das in unsere Zeit ziehen. Das musst du nicht, du musst mal schauen, worum es geht in den Stückeln. Und dann merkst du, wie aktuell das ist und wie auch politisch, wie sozialkritisch das ist, aber halt eingepackt in eine traumhaft schöne Musik. Und es sind ja in den allermeisten Fällen Komödien, wo es auch gut ausgeht. Aber zu glauben, dass Operette eine belanglose Unterhaltung ist, das stimmt nicht. Gerade bei dieser Gräfin Maritza, ich betone es bewusst so, so betont es nämlich auch der Kahlmann, wenn er es vertont, hey Maritza, also muss man es auch so aussprechen, ist genau 100 Jahre alt. Oh Gott, so alt und verstaubt. Nein, da geht es um die Kriegsgewinner und Verlierer nach dem Ersten Weltkrieg, um eine sehr selbstbewusste, sehr moderne Frau, die Millionärin ist, der alle Männer nachrennen. Und sie schickt die Olle weg, er findet sogar einen Bräutigam, der dann wirklich auftaucht, der Koloman Schuppan, war da stehen und so. Und dann verliebt sie sich in ihren Verwalter. Also das sind keine belanglosen Geschichten, sondern es ist wirklich so eine Romeo und Julia Sache, die können einander am Anfang auch gar nicht leiden und streiten nur. Und dann merken sie eben, dass sie zusammengehören, die Maritza und der Tassil. Wie sehen Sie das auch, dass wirklich alles hier mit Gewalt teilweise schon zwanghaft in die Moderne und Parallelen zur heutigen Zeit gezogen werden? Also man kann nicht generell über Inszenierungen reden. Und wenn eine Inszenierung modern ist, oder das Bühnenbild modern ist, ist es schlecht. So möchte ich das nicht sehen. Ich gehe einen anderen Weg. Ich schaue mir an, wie aktuell die Werke immer noch sind. Und Meisterwerke, Gräfin Maritza ist eines der Meisterwerke. Und die Frage, ist das noch aktuell, dann wäre es kein Meisterwerk. Also ich bin mehr dafür, das ist in der Liebe so, dass man nicht brachial irgendwelche Veranstaltungen macht, sondern man zieht das geliebte Objekt liebevoll an sich. Und so ist das auch bei der Operette. Das muss nicht mit der Brechstange gemacht werden. Ich habe das Glück, einen großartigen Regisseur und er ist auch Bühnenautor wieder gewonnen zu haben für die Inszenierung. Peter Lund, der erneuert die Texte so ganz elegant, ganz unmerklich. Sowohl die Gesangstexte wird ein bisschen poliert, als auch die Dialoge zum Teil ganz neu. Aber nicht irgendwie schockierend, sondern die Geschichte so mit der Geschichte und sehr unterhaltsam. Das kann man jetzt schon sagen. Was zur Operette natürlich dazu gehört, sind die großen herausragenden Stimmen. Wie schwierig ist es eigentlich oder einfach die Sängerinnen und Sänger zu bekommen für ein Sommertheater? Man muss sich schon bemühen. Also es weiß ja jeder. In Langenlois wird man nicht Millionär. Ich auch nicht. Aber es ist immer eine Kombination von mehreren Sachen. Es ist das Werk, die Rolle, die dich interessiert. Es sind die Kollegen, mit denen du gut auskommen möchtest. Es ist der Ort, da können wir nur punkten, und es ist natürlich auch das Geld. Ich würde sagen, das Geld ist nicht das größte Argument, um in Langenlois dabei zu sein, sondern dieses Team, dieser Ort und die herrlichen Werke, die man dort spielt. Sie haben es auch schon angesprochen. Sie sind nicht nur Intendant, sondern auch wieder selber als Darsteller auf der Bühne. Warum ist Ihnen das auch so wichtig, selbst zu spielen? Also ich bin kein Sänger, ich bin kein großer Schauspieler, der jetzt morgen den Hamlet oder in meinem Alter schon eher den Lear spielen muss. Ich mache gerne diese Komikerrollen. Ich habe Frosch gemacht in ein paar Produktionen. Und da werde ich eben als Tante Bozena in Erscheinung treten. Also das wird ein Dragereignis werden. Die Tante Bozena ist so der Deus Ex Machina. Der Bemackelnde, der am Schluss das alles regelt, weil der verarmte Neffe, das hat sich alles zurückgekauft und gibt ihm das Geld. Und ermöglicht so das Happy End. Und ich habe gesehen, ich habe eine ganz, ganz tolle Robe. Ein bisschen sexy. Also nur für starke Nerven. Wie wichtig ist das eigentlich auch, dass das Publikum hier im Sommertheater bekannte Gesichter wie Sie, die man auch aus Film und Fernsehen kennt? Und es hilft, es hilft. Ich habe das auch schon in Haag immer versucht, Leute aus dem Fernsehen. Leider, die Leute, die im Fernsehen spielen, die spielen im Fernsehen und haben dann keine Zeit für Theater. Ja, es gibt da, also ich bin vielleicht so überregional, dank dem wunderbaren Hoppenball sehr bekannt. Aber es gibt auch schon Langenläuser Lieblinge. Also der Erwin Belakowitsch, der heuer den Schuppern machen wird und nach Varashtin einladen wird, der ist in den letzten 20 Jahren, ich glaube fast jeden Sommer, dort aufgetreten. Also solche Lieblinge, die Ulrike Steinski, die in früheren Zeiten immer so die Divenrollen gemacht hat, noch in den 90er, Anfang 2000er Jahre, die kommt jetzt etwas reifer zurück, singt immer noch hervorragend, ist eine großartige Komödiantin. Also es hat sich da schon, und dann freut sich das Publikum auch über neue Gesichter. Also Netrebko wird dort nie singen, weil so viel Budget haben wir im Ganzen nicht. Aber das muss auch nicht sein, Operette braucht auch ganz andere Charaktere, Komödianten, die sich gerne bewegen und die umstellen können vom Singen auf Dialog in einem und die diesen großen Raum auch füllen können. Und dann bin ich auch sehr froh, dass ich mit einer sehr guten Sängerin verheiratet bin und das sage nicht nur ich, die auch schon den vierten Sommer jetzt in Langenläus dabei ist, die Cornelia Horack, die heuer die Gräfin Maritza singen wird. Abschließend noch kurz, wann geht es da noch wirklich los? Es geht los am 25. Juli mit Gräfin Maritza vor Schloss Heindorf. Ich freue mich wahnsinnig. Und dann gleich 26.27. gleich die nächsten Vorstellungen. Also da werden wir nicht lange uns im Winzerdorf aufhalten, weil wir müssen frisch sein für den nächsten Tag. 25. Juli ist Premiere. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall erfolgreiche Proben und dann auch viel Glück mit dem Wetter und sage danke fürs Kommen. Und an Sie verehrte Zuseherinnen und Zuseher, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.